Andreas Böck aus Schwartau hat keine Marmelade mit in das ZDF-Studio im Pullheimer Walzwerk gebracht, sondern eine alte Tischuhr in goldenem Gewand. Die muss doch etwas wert sein, davon ist der Gastronom Felsenfest überzeugt. Sehr pompös, zeigt sich Moderator Horst Lichter auch sofort begeistert. Für ihn sehe der Zeitmesser nach Schloss aus. Rein äußerlich mag diese Einschätzung stimmen, doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und Expertin Bianca Berding entgeht natürlich nichts. Eigentlich ist diese Uhr besonders typisch für Süddeutschland. Und zwar ahmt sie den Stil von Augsburger Türmchen oder Turmuhren nach, so die Kunsthistorikerin. Derlei Zeitmesser wurden nur aus den feinsten Materialien gefertigt. Die Uhr vor ihr auf dem Tisch sei aber keinesfalls aus purem Gold gefertigt, womöglich stamme sie nicht einmal aus dem Süden der Republik. Es handele sich lediglich um eine Nahrung. Hinzu kommt noch der schlechte Zustand. Sie läuft noch, muss aber dringend revisioniert werden. Die Schlagfolge hat sich komplett verstellt, und auch der Viertelstundenschlag schlägt nicht richtig, lautet das wenig schmeichelhafte Urteil der Expertin. Böck wünscht sich dennoch satte 2000 Euro für seine Tischuhr. Diese Vorstellung entpuppt sich jedoch als vollkommen illusorisch. Lediglich 250 bis maximal 350 Euro hält Berding für realistisch. Mit diesem preislichen Nackenschlag hat der Verkäufer nicht gerechnet. Er fühlt sich von der Einschätzung der Sachverständigen geradezu beleidigt. Fassungslos stellt er sofort klar. Nee, also da nehme ich die Uhr mit Freuden wieder mit. Wer sagt, getan, die obligatorische Frage von Horst Lichter, ob er sein Objekt auch zum Expertise in Preis verkaufen würde, erübrigt sich in diesem Fall. Böck hat keine Lust auf einen Besuch im Händlerraum und bricht seinen Besuch eigenständig ab. Die Uhr geht ohne Umwege zurück nach Schwartau. Böck hat keine Lust auf einen Besuch.